Probe nach Duisburg. Das Warm-up wenig später für den Unberührbaren. Doch hier gibt er sich locker fast zum Anfassen. Doch das nur für Leute seiner Plattenfirma oder vom Wetten, dass Team. Mehrere Stunden dauert die erste Probe. Jacko übt eisern, denn eine Weltpremiere steht bevor. In Wetten, dass präsentiert er erstmals seine neue Single. In Köln.